Musik Es ist nicht wichtig, wer das Kind zur Welt bringt. Was zählt, ist, wer es erzieht. Okay, apropos Erziehung. Nehmen wir mal an, Carolina spielt mit Glasmummeln. Und sie steckt sich eine in die Nase und sie kriegt sie nicht mehr raus. Was tun sie? Also erstens, Glasmummeln sind bei mir tabu. Genau aus dem Grund. Und zweitens, unter meiner Aufsicht wird nicht gespielt, sondern gelernt. Sie wurden verprügelt. Ich hab das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit für Tina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Ge... Musik